Servus, grüß dich Georg! Was für ein Mann ist denn da? Ist das schon für ein großer Gartenzauber? Ja, das ist ein Auftrag von meiner Katz, die hat eine größere Funderschüssel gestellt, wie alt ist es zu glauben. So, ja und was machst du denn da unten für uns, für ein Gartenzauber, für schöne Sachen? Ja, da habe ich da schon ein paar Stühle, die aus zwei Stellen gesammengesetzt ist. Da kommt jetzt eine andere dazu, das gleiche Thema, das Paarwäder und noch ein paar kläre Sachen. Ja, das gefreut mich. Kennen Sie ja die Leute auch so Sachen von dir bei sich in den Garten eingetragen. Also, wenn Sie das sehen wollen Sie alles, können Sie vom 26. bis 29. im Kurpark zum Schlierseil Gartenzauber. Vielen Dank!